Hallo Leute, es ist euer Michael, ein 12er Wett und zwar ja heute mal UEFA Euro 2020 ausgefallen und der Kamerabier sind eigentlich beide zur Zeit mit Julián Wolf, ein guter Kumpel von mir, nicht, ja wir tun das hier Euro 22, wie schon bei Magic Techs ich immer gemacht habe und eh mal verliert hast du verloren, so jetzt Achtung, wer ist jetzt hier, welche Mannschaft, was bist denn du? Deutschland! Ja, falsches Trigot an, Kollege. Ja, ihr hoffet. So und jetzt. Liebe Leute, ich bin Kroatien und ich werde gewinnen. Ich hab den besten Torwart. Subasic? Subasic, der ist doch gar nicht mehr im Tor. Oh Leute, wir müssen die Ehrlichkeit kurz ein bisschen machen. Das ist zu hell. Ne, ich hab die Kamera schon in den an, kannst gerne die erste Halbzeit. Halt, ich hab eine Pfeife. Ey, jetzt hab ich schon. Leute, Leute. Professionell. Ich hab keine Pfeife, mach, mach, mach. Legst das hier hin, die erste Karte, leg doch hier den Stapel hin und dann eine rüber, aber umgedreht. So, warte, wir machen heller, dann sieht man das hier. So. Jetzt. Autofokus. Warte, das hab ich professionell mit ihm gesprochen. Ja, mach doch. Ich hab das so, frage ich am besten lieber ihn, bevor ich ihn noch alleine mache. Oh. Oh. Oh, meine Uhr geht an. Oh. Schön Uhr. Ja, wann wird es heute noch was, Mann? Nein. Ne, er ist wieder zu doof. Zu doof auch noch. So, die erste Karte. So, die erste Karte. Was ist die erste Karte? Halt es in die Kamera. Oh. Dänemark. Gib her, ich zeig's. Dänemark. Warte, jetzt muss man hier. Guckt euch an, Henrik Dalsgart. Liebe Leute, ich hab keine Ahnung, ist das deine Karte? Ja, das ist meine. Ne, das ist meine. Ja, so. Also, immer noch 0 zu 0, jetzt kommt der nächste. Ich hab schon einen Deutschen gesehen. Ukraine. Ukraine, warte, warum ist es denn so dunkel hier, das hier, hell, vollgas. Oh. Oh. Fokus. 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 Roman Bedsus, äh, welches Land? Ukraine. Ukraine. Immer noch kein Tor, meine Damen, es steht 0 zu 0. Wer kommt hier? Ach, der Depp vom Dienst von Bayern. Wer kennt ihn nicht, Joshua Kim? Fokus. Freunde, Fokus. Oh, 1 zu 0. Joshua Kim, was, der wiegt nur 73, da wiege ich ja mehr wieder. Oh Gott, oh Gott. Von dir muss man ja gar nicht sprechen. Ah ja. 1 zu 0 für mich. Was steht hier hinten drauf? Ja, irgendwie, dass es lizenziert ist. 1 zu 0 leider, meine Damen. Ja. Oh, ein guter Mann aus England. Warte, ich halte das mal in die Kamera, vielleicht sieht man das dann besser. Jawoll. Oh. Ja, das geht. Ja, das geht schon. Marcus Rashford. 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 Und eine aus Schweden. Schweden. Wo spielt der bei welchem Verein? Schweden. Bologna FC in Italien, meine Damen. So, war das deine erste Halbzeit? Ja, meine. Okay. 1 zu 0 für Deutschland. Es kann. Spannend. Jetzt kommt meine Damen und Herren. So schön aufs Holz. Schön aufs Holz. Der gute Tisch. Ah ja. Ich mach das hier so professionell. Schau auf meine Hände filmen. Keine Papiere. Bisschen weg. Schön professionell. Keine Sherry oder so. Scheiß drauf. Ah, jetzt hab ich es. Scheiß da. Ruhe Gewalt, meine Damen, ist das Motto. So. Alle, die kleben da ja drin. Was ist denn das für ein Rottes? Oh, ich hab schon einen gesehen. Oh Gott im Himmel. Oh, da reißt du alles. Oh nein. Was? Wenn ich jetzt einen deutschen Krieg, kriegst du dann auch einen Punkt. Ja. Scheiße. Ey, das ist doch immer so bei uns zwei. Ja, das ist ja das Problem. Das sind immer die Magitex-Regeln von uns. Ja, ich hab alle. Magitex-Regeln von uns. Ich spiele Müll. Ihr Qualitativ. Guck hier, film her. So. Bursch. Wumm. Ruhig, was? Und ich sammle mein Müll. Ich fang da mal an. So, schönes Holz. Wir haben einen Engländer, meine Damen und Herren. Hier ist Carlum Hudson Oh, schön Falschrauben Ja, ein Engel Meine Damen, der nächste Oder das nächste Es steht immer noch ein zu neuf Ein Franzose, unsere Nachbarn Franzosen Visam Benjeda Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist Aber oder nicht Oh, der Torhüter von Belgien Ersatztorhüter Echt? Weiß nicht Simon Mignolet Aus Belgien Weiß jetzt nicht, ob der Ersatzhüter ist oder so Oder richtiger Ja, das gehen wir alles noch nach auf Ähm Ja, ich schau Ja, ich glaube, ich habe das Spiel schon Ah ne, es ist geblendet in 200 Jetzt habe ich hier einen D, der spielt glaube ich Der spielt in England beim Chelsea Andreas Kreust hinsetzen Oh FC Chelsea Ja, und jetzt hier die letzte Karte, meine Damen Riccardo Pereira Halbzeit So, jetzt nächste Halbzeit, da darf ich anfangen Ja Weil das ist ja der Seitenwechsel, jetzt darf ich anfangen Ja Meine Damen und Herren, kann ich gleich weitermachen Der Jogi Löw am feiern Jogi ist Jogi Hier ist der Jogi Hier ist der Jogi Jogi Löw Copyright Music Von, wie heißt der Harald Ähm Der mit dicker Zittenkartoffelsalat Nee Doch Das ist ja Ach Gott, ein Türke, Heimatland Die Türken sind auch gut Ja, reingetroffen Jawoll Also meine Damen und Herren, wir haben hier einen Türken, der in Belgien spielt Und keine Ahnung, was der ist Der heißt auf jeden Fall Sinan Bulat Ja Das tut auch so Ja, jetzt habe ich hier ein Bild Warum habe ich hier ein Bild Achso, warte mal Ich habe hier ein Bild von Finnland Gibt es auch nicht vor? Nein Also Leute, hier ein Bild von Finnland Doch schon, aber wenn es schon deine Mannschaft ist Ja, das ist leider von Finnland Nein Jetzt haben wir hier Was ist denn das? Wales Kiefer Morre Kiefer Morre, yeah Mal legen wir es mal hier zur Seite Ja Ach du Scheiße Ach du, wusstest du, dass ich gestern Oder Oh, hier ist ein Hoffenheimer Was? Der Hoffenheimer kommt zum Schluss Oh Hier haben wir, wie heißt der? Markus Berg aus Schweden Aus Schwadern Und jetzt der Hoffenheimer Warte mal, wenn ich Position spiele Da, weiß ich nicht Hast du schon gesehen, wer es ist? Warte mal, der Schwede Bruno Larsen Nein Der Däne ist es Robert Sko Sko Und damit hat Deutschland eigentlich gewonnen Obwohl, wenn jetzt ein Quade rauskommt Ja Hier im Pack von Jochsen Ja Mein Handy ist komplett heiß So, meine Damen und Herren Jetzt, äh, hier Der hier, da muss jetzt ein Kroaten ziehen Sonst bin ich böse Was machen wir eigentlich da? Dann können wir ja nochmal ein Spiel spielen Ja, scheiße auf Können wir ja nochmal ein Video drehen Ja, für dich? Für mich können wir auch machen Ja, das Video hier ist für Jochsen Können wir ja wirklich nochmal ein Video spielen Dicke Titten Kartoffelsalat Oh, 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 le, oh, le Warte mal, hab einfach jeden Müll weg Nein, der ist runtergefallen Oh, le Ne Oh mein, ich war nicht Hat er einen Deutschen Ne Wenn er jetzt einen Deutschen hat, habe ich so oder so verloren Ja, mach doch jetzt So So, wen haben wir? Wen legst du hier jetzt auf den Tisch? italienische mannschaft ach du scheiße unsere konkurrenz ja eine hälfte ja weiter leute ich lege das mal hier zur seite ich zeige euch gleich das foto hier liebe freunde hier finnland warum sieht man die italien italien die schmiedtaker keine ahnung wer auf dem bild zu sehen ist kenne ich alle nicht nächstes finnland ach du scheiße oder finnland hier ist joni koko bester mann nicht hält ist russland warum ich schätze dann hättest du sogar gewonnen russland das dänemark ja irgendwie wenn ich dänemark hätte wird jetzt schon 3 0 stehen 3 1 hier ist das kass per dollberg nächster hättest du auch jetzt ist russen foto aus russland und damit hat leider deutschland gewonnen oder wie die netten herren aus der sw3 aus sw3 tuten garg sagen wird leut stand also jetzt ja scheiße finde ich überhaupt nicht gut das finde ich nicht fair ich finde es ist kein faires spiel gewesen ja ja dann haben wir noch ja damit wird jetzt das nächste video gedreht also wenn ihr das nächste video sehen wollt lasst ein like da warum mache ich deine abmoderation ja das ist ein like da abonniert uns beiden auf naja er mich lieber er mich nehm ich ja leute haut rein schüssen